Kreischende Fans und strahlende Gesichter. Jared Butler lässt die Herzen seiner weiblichen Anhängerschaft höher schlagen. Zusammen mit Kollegin Jennifer Aniston stellt der Schotte den Film Der Kautionscorp in Berlin vor. Es ist toll. Sie kommen her und unterstützen dich und rufen deinen Namen und haben ihre Poster dabei. Das ist toll. Wirklich toll. Ich bin echt gerührt. Jennifer Aniston genießt den ohrenbetäubenden Empfang der Fans. Sie ist überrascht von der Menge der Anwesenden und ihrer Lautstärke. Ich freue mich, Sie alle zu sehen. Es ist eine wunderbare Sache, wenn deine Fans herkommen, um dich irgendwie zu begrüßen. Das Premierenpublikum im Kino kann dann noch etwas ganz Besonderes bewundern. Die Deutschkenntnisse von Regisseur Andy Tennant und seinen Darstellern. Und während die Zuschauer im Kino den Kautionscorp auf der Leinwand erleben können, müssen Jennifer Aniston und Jared Butler bereits zum Flugzeug. Am nächsten Tag stellen sie ihren Film in Madrid vor. Am ist ein Kivolowitzar, paternivel in Berlin vor ich habe. Am nächsten Tagelpunkt wird. Am nächsten Tag ho Einschadrill closes in Berlin vor.